Karak, du hast die Verbindung zu deinem Tier verloren. Das kann passieren, wenn man so lange in Menschengestalt lebt. Schließ die Augen. Sie sind nicht wirklich geschlossen. Sie blicken in dein Inneres. Du kannst sehen, wie du ein Puma bist. Du kannst sehen, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst.